Und wie kann ein Kameramain? Kommt seine Haare und sagen, sie sind schon so clever als cool. Halt mal fest. Wieso soll die Handik davon machen? Ja, unsere Heizung ist aus. Warte. Erst halt auf. Da, 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 da. Da ist sie voll drauf. Ich bring euch Liebe. Das war schön. Total. Du musst mal Dennis die große Früge gehen. Wir sind in der Verstecke, siehst du? Ja. Das ist ja voll lustig, das ist er da so. Dennis, du hast die Farine, Philippa. Du kannst überkreisen, Mann, Philippa. Ah, so geil sieh ich auch. Wuhuu. Kann ja nicht die Schölder, meine Mähne sein. Er sieht aus wie so ein Marienpipa, ey. Ist er gleich schon drin? Das ist aber dick, wo du platzierst. Mariette.